Hallo zusammen zu einer neuen Runde GTA Online, mal wieder ein wenig Spaß mit Playlist. Mit dabei sind natürlich der Stormy, der Bacon und auch der Fjalk. Und ich hoffe euch mal wieder erfreuen zu können mit den Sachen, die ich mir so ausgesucht habe. Es sind neue Sachen dabei, es sind Bekannte dabei. Danke. Also wenn ich das oben richtig lese, dann sollten wir die Banshee nehmen, richtig? Nee, wir nehmen einfach mal Wagner mit V. Wagner. Wagner? Ja. Steinofenpizza. Es gibt aber auch Steinofenpizza von Dottke Oetker und von ganz vielen anderen Firmen. Ja, absolut. Soll keine Werbung sein. Ja, die auch alle sicherlich mega lecker sind. Ne, sind sie eigentlich alle nicht. Die beste Pizza ist immer noch die selbstgemachte. Hä? Darf ich jetzt mal die X80? Ich hab doch den anderen Scheiß Wagner angewählt. Weil du wieder bescheidst. Ne, ich bescheid's nicht. Dann lass ich euch losfahren erstmal. Ja, erstmal. Der Scherter hätte auch eigene Autos aufstellen können. Ja, ich glaub das wär besser gewesen, dann wär nicht schon wieder jetzt dieser X80 Scheiß hier passiert. Das gibt's nicht. Sind wir bei mir, weil X80 oder Zentorno immer als Standardautos eingestellt sind und wenn ich dann rüber, ähm, switche auf die anderen Autos und ich's nicht bestätige, das vergesse, sozusagen, weil ich da nie dran denke, dann, ja, starte ich nicht mit dem Auto, was ich ausgewählt hab, sondern mit dem, was Standard eingestellt ist. Der X80 ist übrigens gar nicht mal so gut in den Röhren, also, vielleicht hab ich jetzt gar nicht mal so die Chance. Ah, in den Röhren weiß er auch manchmal wieder nicht, wo, wo man ist. Ja. Stellter zu sein, heißt nicht gleich gewinnen zu können. Wie wir ja schon oft genug festgestellt haben. Ja. War ja schon oft genug im schnelleren Auto und hab trotzdem verloren. Mal schauen, wie die Strecke hier sich so weiterentwickelt. Also noch weiß ich nicht, warum hier kein Kontakt eingestellt ist. Ich auch nicht. Damit man sich gegenseitig nicht aus dem Looping ballert oder so. Keine Ahnung. Wow. Diesen kleinen Schlitz wird er kommen. Alter Vater. Was du wieder da mit Schlitzen machst. Einer Ahnung, ich bin gerade durch einen sehr grünen Schlitz gefahren. Mhm. Der gehört dazu. Und jetzt bist du an mir vorbeigesprungen. Uh, ah, eh. Da unten fliegt irgendwas. Blonk. Äh, bäh. Bäh. Ach du Scheiße. Was ist denn das hier? Oh, fuck. Okay. Ja, und jetzt ist es schon, äh, ne? Ich hoffe, du kommst nicht durch. Doch, ich bin durchgekommen, aber meine X80 ist etwas zu breit dafür. Also, ja, es hat ordentlich geschleift gerade. Ja, ich, ich habe da auch, äh, links und rechts quasi mich mit der Karosserie festgehalten. Okay, jetzt kommt noch so mal, noch mal so ein Ding. Ist das überhaupt, äh, Rundenrennen oder Punkt zu Punkt? Ja, ich habe zwei Runden gemacht. Okay. Okay, der Schlitz hier ist etwas breiter. Oh, oh, oh. Nein, meine Führung. Jetzt bin ich erst mal runtergefallen. Tschüss, Shadow. Und schon bin ich vierter. Ich war für eine Sekunde erster, als der halt runtergefallen ist. Ja, ich hätte schon mal drauf geachtet, äh, und geblendet. Es war zu spät. Ja. Trotzdem. Ach, die Chance. Oh, Scheiße. Wer braucht denn sowas? Doch, eine super. Ja, das finde ich eigentlich auch. Oh mein Gott, hört das auch mal auf hier. Und tschüss. Ja, aber da fängt sich ja von vorne an. Uh, das ist ein Shadow gewesen. Ja. Sollen wir nicht wieder vierter. Ja, ihr habt mich aber gleich. Ja, okay, die ganze Phase noch mal. Okay, cool. Beihrunden war die Voreinstellung, das finde ich ja auch noch auf dir. Oh Gott. Hätte ich mich fast selber rausgekickt, ey. Ja. Aber ich bin sozusagen an Shadow dran. Ja, bin mir drin. Ähm, nein. Das kam gerade ein bisschen zu spät, die Realisation. Kennt ihr das, wenn es euch immer dann bei solchen Gelegenheiten an der Nase juckt und ihr nicht kratzen könnt? Ja. Kannst nicht ruhig kratzen. Ja, mach ich auch. Mit dem Mikro. Und drück einfach auf Pause und... Ach, Scheiße, ich habe mich, ähm, Dings gedreht. Hallo, wie auch immer haben wir vorbeigefahren. Und hallo. Wie alle. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, auf welchem Platz oder an wem ich vorbeifahre. Vor mir fliegt was. Ein Shadow. Nein, bist du wahrscheinlich zweiter. Ja, jetzt. Da kommt wieder dein Lieblingsschlitz. Hm, hinein. Ja, und ich muss nochmal starten, weil dadurch, dass ich mich gedreht habe, war ich in der Kurve zu lang... war ich beim Sprung zu langsam. Mal gucken. Man sollte rauspassen, dass man genau mittig durch den Schlitz fährt, sonst hat man Probleme. Hallo, Fjall. Hallo. So, diesmal habe ich darauf geartet, dass ich auch vernünftig durchzukommen. Klonk. Das ist ein bisschen brutal übertrieben hier mit dem Ding. Oh, aber erstmal was Leute, also das hatte ich noch nicht so gesehen. Ich auch nicht. Ganz engen Dingern. Was war nochmal die Banshee? Äh, so dieser Dodge Viper Verschnitt. Ne, aber was hat nochmal der Ersteller zur Banshee geschrieben? Sie auf jeden Fall nehmen. Dass es die Scheiße ist, was ich gar nicht nachvollziehen kann eigentlich. Wahrscheinlich ist die einfach nur zu breit für die Karte, wegen dieser Schlitze hier. Aber die Banshee ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, warum alle möglichen Leute immer so voll auf die abhaten. Oh, es mischen seit mindestens Teil 3 dabei. Ja, Teil 3 Minimum. Habe ich sie mir immer geklaut aus dem Ding. Aus dem Schaufenster unten. Ja. Och nein. Ja, jetzt habe ich verkackt. Aber ich glaube, bei diesen Wall-Wides kann man nicht wirklich einen Fehler machen. Da wird man ja zurückverleitet. Man könnte lenken. Sagte er und mich hat es rausgehauen. Was glaubst du, was ich gerade verkackt habe? Oh, okay. Mich hat es gerade an der Wand gedreht, ohne dass ich gelenkt hätte. Also, naja. Also, ja. Euch einholen tue ich nicht mehr. Komm, Shadow, mach doch irgendwas Doofes. Ich bin gar nicht so weit weg. Ach, Mist. Man kann zum Beispiel den Wall-Rides über den Wall-Ride drüberfahren. Das ist auch nicht gut. Dann hast du wahrscheinlich auch gelenkt. In der ersten Runde habe ich noch so ein bisschen mitgelenkt. Diesmal habe ich mich einfach durchtreiben lassen. Und das hat genau gepasst. Ich habe noch nicht mein Lackes abgekratzt. Ach, scheiße. Ja, ich schaffe auch die Runde nicht mehr. Ey. Ungewöhnliche Sachen passieren. Tja. Hast du mal jemanden geübt, was? Ach, nee. Shadow lässt wieder irgendwen anders für sich fahren. Wahrscheinlich fährt der Alex hin gerade. Mhm. Der Wender. Ja. Ey, jetzt nix, lass mich wieder machen, sonst fällt auf. Weißt also, ich weiß die drei Sachen, die ich drin habe, außer Rennen, aber ich habe mir nicht gemerkt, was zuerst kommt. Vielleicht hast du ja den neuen Modus drin. Ich habe einen neuen Modus drin, auf jeden Fall. Last team standing. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da kann ich mich gar nicht... Mach aber mal drei Runden raus. Ah, ich glaube, ich weiß, was es... Bin ich sicher. Ich kann mich jetzt an den Namen jetzt nicht erinnern, aber wir werden es gleich sehen. Hey, Fjalk. Ich weiß nicht, was es ist. Auf jeden Fall mache ich was zusammen. Ich kann mich echt nicht daran erinnern, dass ich das reingepackt habe. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ach, guck mal, wir haben unsere Zivilklamotten. Ihr habt eure Zivilklamotten? Ja. Ach, Messer. Ernsthaft. Okay, nee, okay, das habe ich nämlich bei einem anderen gesehen. Und zwar die anderen, also in dem Fall Stormy und Bacon, die müssen hier ein Ding verbrennen. Und wir haben hier Sachen, die wir auf euch runterfallen lassen können. Ja, solche Modi hatten wir ja schon mal. Finde ich gut. Das sind ja diese... Wollte ich mir noch was zum Schießen? Ich habe jetzt gerade nur ein Messer. Äh, da kannst du eine Etage kurz runter gehen. Erzählst du ihm doch nicht auch noch. Achso, ihr spielt ja auch zusammen, ne? Ja. Hier ist nichts zum Schießen für mich. Dann musst du gleich auf die Sachen da oben auf jeden Fall schießen. Könntest du schon anfangen. Kommen denen dann entgegen. Ich bin nichts zum Schießen. Okay. Also schieß einfach mal oben auf die Autos. Solltest du mittlerweile machen, weil die haben eine gerade Strecke. Jetzt ist was zum Schießen da. Und jetzt hören wir einfach und hoffen, dass das... Und wenn die es bis oben schaffen, dann haben die da einen Panzer. Und damit sind wir dann quasi im Arsch. Oh. Ich glaube, sie haben den Panzer. Oh. Gewinner. Haben wir bis 30 Siege, auf deinen Wunsch. Das heißt, es kann auch ein bisschen dauern. Ja, standardmäßig war 4 eingestellt. Und ich dachte mir, 30 war auf jeden Fall zumindest mal besser. Normalerweise suche ich mir halt Playlist einfach so aus, wie es mir gefällt. Aber das habe ich dann zufällig gesehen. Bei dem YouTuber, der ein bisschen wie ein Fast Food heißt. Und dann habe ich gedacht, packe ich doch mal rein. Der ein bisschen wie ein Was heißt. Fast Food. Aus der Türkei. Döner. Okay. Keine Ahnung. Döner. Achso, Döner. Achso. 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 Da sind auch gleich so links und rechts ein bisschen, wo man sich, wenn wir es erreicht hätten, verstecken könnte. Ich werde es wohl nicht mehr schaffen. Und vielleicht unter Umständen auch nicht so wirklich, ja. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Irgendwie hat es schon erwischt. Du wolltest es alleine schaffen. Ich kann mich nicht da hinten dran ducken. Oh oh oh. Gabelstapler. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich bin so scheiße. Okay. Wenn du einmal rutschst, ist es vorbei. Ich frage mich ja mal noch. Wieso habt ihr eigentlich beim ersten Mal nicht früher auf die Sachen geschossen? ja ist die gute frage also ich habe keine waffe gefunden und wie da lagen doch direkt vom spawn punkt lagen doch ich dachte ich müsste erst hochklettern ich wusste nicht dass ich gleich drauf ballern kann wie so ein gestörter da war so eine komische holzdingen ja dann konnte und ich dachte okay man muss da halt erst hoch ist ja normal bei solchen sachen eigentlich meistens der fall weil man dann oben theoretisch sehen könnte wo die anderen gerade in der röhre sind aber es ist vermutlich gibt ja wahrscheinlich keinen vorteil ja das ist die frage ob das wirklich mit dem fallen und so ob das beim anderen bei diesen anderen karten die wir ja auch schon manchmal hatten nämlich war das wäre doch nicht mal wieder alle gewehre du bist so schneller als ich spring mit der schifftaste das mache ich auch wenn tot noch hat mir nichts getroffen kann jetzt leider nur abwarten und hoffen dass alles an mir vorbeifliegt er wird wenn du nicht getroffen wirst haben wir immer noch die eine chance für dich abzuschießen sobald du versuchst in den panzer einzusteigen ja 500 hat mich am kopf getroffen aber dafür die ganze alles an großen sachen ist an mir vorbeigeflogen musste erst ein kleiner kommen ja bei mir auch ich habe auch alle großen sachen geschafft und dann kam so ein smart verschnitt direkt in mein gesicht wenn der einmal rutscht ist es eh vorbei in dein gesicht in my face dude ja und die typische gta wartezeit wo man immer nicht so weiß warum die autos wieder aufhängen genau da sitzt dann ein rockstar mitarbeiter der setzt jedes auto einzeln zurück meinst du warum das spiel immer noch 60 euro kostet ich habe gerade überlegt ob es sinn macht hier unten zu warten aber da da so viele gasten stehen vermuten ja es macht keinen sinn da unten zu warten nee shadow warte mal unten warte mal unten doch einen sinn wenn es hier irgendwo eine möglichkeit gibt auszuweichen gibt es nicht komische lichtverhältnisse warte mal unten bei mir ist alles irgendwie schwarz gerade ja weil es regnet ach du scheiße bitte dich bitte dich bitte dich bitte dich gut stapler noch ein stapler ich hatte noch volle lebensenergie und bin trotzdem gestorben allein vom rutschen was ein blödsinn ich weiß ja nicht ob noch eine zweite flore kommt mein gott ist das lang und 1 und 2 und 1 und 2 und 1 und 2 ich hab ein messer ich werde euch erwischen ja ist egal wo ich hin bin ja er will mich gleich mal verstanden während ich einsteige ist meine vermutung oder schießt einfach so ne slide werde ich dich nicht weil ich gerade runter gefallen bin ich sehe noch zwei punkte ja aber ich bin von oben runter gefallen von dem ding glaubt ihr kein wort da steht noch er da steht noch ein auto fahr doch mal hoch und da ist ein reifen kann sich auch drauf aufsetzen und hoch rollen das ist ja asi ja ein bisschen bisschen arg wow geil sauer fjalk da hat es ja also doch gelohnt den turm hoch zu klettern winner the winner takes it all und dementsprechend sehen wir uns in der nächsten folge wieder bis dahin tschö 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 tsch